Oh, der uns nicht kriegen kann! Zum Glück! Da macht der hier so eine Erosation drauf. Ach, ist das lustig. Oh nein, ne, nicht schon wieder. Können wir uns da erwischen? Nein! Aber die Drecks-Wespen können uns erwischen. Ungeil! Kaputt! Aua! Da bin ich aufgepasst. Komm, 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 komm! Boah! Hoch, 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 hoch. Ganz, ganz schön weit hoch! Warten kurz. Irgendwann würde ich das Ding da oben kaputt machen, ey. Ah, wunderbar. Ja, hat mich erwischt natürlich. Ist klar, leck mir die Eier. Das kleine Kackwespe, ey. Das ist auch ungeil. Ich weiß nicht, ob das uns hier trifft. Das trifft uns. Im letzten Moment. Im letzten Moment. Ich weiß nicht, wie man das macht. Muss oben draufballern, gell? Man muss oben draufballern auf sein Gesicht. Ah, wenn das so ist, kann man draufknallen. Geben die jetzt. Und nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt, habe ich gesagt. Oh, scheiß Wespe, ey. Hallo, Alice. Ganz normal bewegen hier. Ja, wo ist ich da unten jetzt rum? Boah, das ist gar nicht easy. Boah, ich kann mir das nicht im Albtraummodus vorstellen. Da werde ich mir 30 Minuten dranhängen. Mindestens. Ja, das ist halt der Nachteil, dass ich da unten bin. Ich treff den nicht. Gut. Ich will jetzt aber auch nicht versuchen, hier irgendwo oben stehen zu bleiben. Oh, der Stepperle hat jetzt los. Moment, schließe ich die Wespe kaputt. Und dann müssen wir hier lang gehen. Ja. Wie lange der das auch macht? Äh, 20 Sekunden, 30 Sekunden. Ja, wir machen das jetzt. Wir wollen das schaffen. Der Anfang war schon mal nicht schlecht. Kurz ein wenig looten hier. Scheiß auf die Wespen. Wir machen erstmal ihr fliegende Zeug hier kaputt. Ziemlich guter Vorteil vom Platz, ey. Ich habe noch ausgewichen. Was willst denn du? Oh boy. Ich bin schon wieder ausgewichen. Boah. Scheiß, ey. Ernsthaft. Ja, verzieht euch nur. Kack, Wespen, ey. Geht weg. Boah, Mann. Zweimal. Ich kann mich ja mit dem Sieg davon bekämpfen. Gut. Ja. Ich hasse diese Wespen. Ich hasse sie. Die sind so scheiße einfach. Jetzt will ich was testen. Beziehungsweise. Ich muss was testen. Ob der immer noch auf mich geht. Das Viech ist so ein Drecksding. Ernsthaft. Sieht halt auch so aus. Und schon wieder. Ich war doch da drauf, ey. Leid, ey. Spuckt der euch wieder sein Zeug da rum. Jetzt benervt man wieder ganz normal. Ja. Standardmäßig. So, und wir haben wieder vorne. Boah, das nervt, ey. Mann. Ja, fortfahren. Mann, ist das schwer. Das nervt ja mal richtig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hab den ja schon mal kaputt... Ne, kaputt nicht, aber... ... beim... ... beim... ... beim Ein Limit gehabt. Boah, die nerven, ey. Scheiße Viecher, ey. Drecks. Lesbe, ey. Guck dir. Ich geh in der Hölle schmorren. Ja, voll runter. Komm nie wieder, wieder zurück. Geh ich dir, ey. So. Tick-Tack-Bombe ist mega geil. Eigentlich. Ja, ne. Gewusst wie, ne. Komm ich aber nicht drauf. Oh mein Gott. Der in die Luft gesetzt. Komm, da komm ich nicht drauf, ne. Forsch kann ich auch nicht wecken. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Scheiße. Wieder kriegt der uns. Vorher hat der uns nicht gekriegt. Ja. 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 Der macht halt einfach dauerhaft nur die Attacke. Nix anderes. Nur die. Komm, diese scheiß Fliegen dazu. Mann. Ja, kleiner Leck. Ich weiß nicht, ob der uns da irgendwie auch noch catchen kann, wenn ich das da stehe. Ich steh mich jetzt nochmal hier hin, dann kann ich den nämlich runterwerfen. Ich kann diesen Stein halt nicht kaputt machen. Gut. Ich muss es mal so. Ja. Ich kotze mich an. Ich weiß halt kein Stück, ob das dem überhaupt irgendwas ist. Ja, wie viel, ey. Ich kann nix machen, ey. Mann. Ihr kennt uns doch sicher auch. Ihr wollt aber, es funzt nix. Ich glaub, wir müssen so lange wie möglich auf den Trab halten. Ich glaub, wir müssen so lange wie möglich auf den Trab halten. Der muss jetzt hier lang kommen. Und da lang. Hier rum. Da pissen wir uns mit Fliegen. Aber wir machen grad wieder einen Fehler. Schnell da hoch. Ah. Boah. Das hat die Alice aber mega knapp geschafft. So. Jetzt will der Mongo wieder versuchen uns hier zu schlucken. Genau. Hier hin. Ah, Mann ey. Der ist auch so schnell. So. Jetzt verzieh ich mich. Verzieh ich mich, hab ich gesagt. Boah. Verzieh dich, du Drecksviech, ey. Die Wespen. Diese kleinen Dreckswespen. Die Wespen. Hallo? Schiffst du mal? So. Jetzt warten wir einen kleinen Moment. Aber die noch wird's fertig. Der feuert hier noch schön rum. Ich denke, jetzt können wir rüber gehen. Boah, jetzt kommt nämlich die Maske zum Vorschein. Jetzt können wir den geben, ey. Jetzt können wir den richtig geben. Bam, ey. Und jetzt sollten wir weggehen. Jetzt wird's nämlich wieder gefährlich. Boah, ey. Gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Drecksack, ey. Ich würde am liebsten das Ding da hinten am Arsch machen. Denk damit. So. Der Luke wartet Zeit. Hallo? Hörst du auf? Komm schon, komm schon, komm schon. An Alice, nimm den richtigen Gegner. Ah, der ist weg. So. Du kriegst jetzt auch was besser. Unendlich, ey. Wenn ich den Gong schlage, wacht er bestimmt auf. Oh. Fickfliege, ey. Also der Kampf. Auf den freue ich mich auf jeden Fall richtig im, äh. Muss irgendwie da hochkommen. Ja, da kommt jetzt einmal so schön drum rum. Denn man kann hier. War ich Ziel so gut, ne? Können wir da jetzt drauf? Ne. Äh. War da drauf? Ne, auch nicht. Jetzt sind wir durch. Und ich hab... Ich komm immer noch nicht mit klar. Dann können wir da... Hätten wir da vorher durchgekonnt, ey. Weißt du, wetten das gegen? Wetten das gegen? Wetten das gegen? Boah, dann kommt's. Also wenn ich das... Wenn ich das im... Ne, ich sag's lieber nichts, bevor ich's da nicht machen vergesse. Boah. 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 Ich glaub ich schneid auch alle Kämpfe dann zusammen. Bam. Knall rein, ey. Also der Frosch war nur da. Um uns den Eingang zu öffnen. Der hatte keinen anderen Sinn. Ja, gut. Okay. Äh. Müssen wir mit klarkommen. Wenn das Spiel es so will, dann werden wir dem wohl folgen müssen. Kaputt. Mahlzeit. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Guuuut. Da bin ich nicht mal gläubig.